Bowser und die Prinzessin waren in den Tiefen von Burg Nickwitz verschwunden. Würden sie je wieder auftauchen? Hatte Mario ohne sie überhaupt eine Chance, Nickwitz zu besiegen? Die Atmosphäre wurde mit jedem Schritt düsterer und bedrohlicher. Mario und Luigi bewegten sich schweigend weiter. Und wieder einmal willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario Kapitel 8-3 Countdown der Zerstörung beginnt nun! Die Macht der Lehre wächst! Ich kann es fühlen! Das dunkle Herz ist nah! Das Ende ist fast da! Wir müssen uns beeilen! Burg Nickwitz Innenbereich! Ja, jetzt haben wir schon Bowser und Peach beide verloren. Jetzt sind nur noch mehr Mario und Luigi übrig und natürlich Tippi und die Pixel. Und... ahhh, ich geht's! Oh, Männchen! Knüppel! Hilf mir! So, ich habe zum Glück damals in oben droben die Karten für diese Skelebits gefunden, wodurch ich ihnen doppelt so viel Schaden mache. Was haben wir denn da? Eine Tempoblume! Und Kumpelkapseln, die ich nicht erwische! So, verdammt! Und was... oh! Spaßrad! Ein Pilzmix! Sehr schön! Den kann ich gleich mal benutzen! Dann habe ich wieder Platz im Inventar und werde geheilt! So... So... Na, nee! So... Na! Haut ihr wohl mal ab! Zack! So, was haben wir hier? Eine... Langsam-Blupe! Wenigstens kriege ich dreimal so viele Punkte da durch! Das ist schön! So... So... Sehr schön! Und viel Geld! Und weiter geht's! So... Uhhh... Ein, ein... Ich glaube, die heißen nicht Quick-Tainer, sondern Klotz-Tainer! Schwups! So, hier ist, glaube ich, sogar so ein ganz besonderer Raum! Hier darf man nämlich nicht unten lang laufen, sondern darf nur oben lang gehen! So... Ich muss kurz den 3D wechseln, um dieses... Oh so böse abzuwehren! Achso, hier sind sogar zwei von denen! So... Wenn man hier oben lang geht, erreicht man ganz normal die Tür... Und kann weitergehen! Ja... Weil... Würde ich... Oh mein Gott, es ist... Dimensio? Nein, es sind... Dimensios Klone! Und hier gibt's ganz schön viele Spiele, aber von denen sind ein paar... Gar kein echten Spiel, sondern... Äh... Wie soll ich sagen? Türen! Also Durchgänge! Nun muss man das erkennen können! Also eigentlich da... Überall da, wo... Wo... Ein... Oh, diese Viecher sind so nervig! Ja, seht ihr, das sind alles Dimensios Klone, die mich hier jetzt beballern! Das heißt, mein nächster Gegner hier wird wohl Dimensio sein! So... Irgendwo hier... Ha, hier, seht mal, ich kann nach hinten gehen! Und hier hinten... Auf der Rückseite... Ist eine Schatztruhe mit... Einem Schlüssel, den ich unbedingt brauche! Sonst käme ich nämlich nicht weiter! So... Und hier wieder zurück! So, Alter, diese... Diese roten Viecher sind sowas von... Megamäßig ultra nervig! Und hier diese da! Die... Können so nervig sein... Weil die sich immer den Hals so lang strecken! So... Genau, mit dem Schlüssel diese Tür öffnen und weiter! So... Was haben wir denn da? Ein Pilz! Und Bumerang, Brüder, die die Dimension wechseln können! Nicht so schön! Aua! Mann! Aber er ist scheinbar zu blöd, die Dimension zu wechseln, oder? War zu langsam! Aua! Ich hasse diese blöden... Dann komm schon! Dann kann man auch nicht auf den Kopf springen! Dann kann man nur mit dem Hammer einen runterhauen! So, und eine... Milzblume! Dann krieg ich hier auf einmal Geld! Ich weiß es doch auch nicht! Ich sag, es gibt ein bisschen Money! Kann man ja immer brauchen! So... Finde ich immer wieder nice! So, 287 Münzen schon! Uh, noch eine ganz fette! Ja, noch erwischt! So, du kannst mich mal! Und... Oh! Ein... Zombie-Pilz, oder? Ich glaub, die heißen sogar Ghoul-Pilze! Das sind noch schlimmere und... Ich brauche einen Schlüssel, den ich nicht habe! Warum hab ich denn keinen Schlüssel? Ich glaub, hier ist wieder irgendein Geheimnis verboten, was ich nicht gleich gesehen habe. Vielleicht hier in 3D... Oh! Tatsächlich! Die Treppe teilt sich hier! Ist ja geil! Oh! Verdammt! Boss ist ja gar nicht mehr da! Dann ebenso! So! So! Hier unten ist nämlich eine Tür! Sowas! Äh... Oh! Oh! Ich spiele diese blöden blauen Gespenster! Entweder sind sie blau oder rot oder gelb, je nachdem! Da ist noch eins! Aber die geben so schön viele Punkte, wenn ich sie erwische! Und zack! Die geben tausend Punkte! Und hier, glaub ich, muss ich jetzt irgendeinen bestimmten Block mit Luigi treffen! Ich... Weiß nur nicht welchen! Den hier? Aha! Das war richtig! Der rechte Block und eine Tür! Sehr gut! So! Und hier... Oh! Hier sind jetzt die roten Gespenster! Ich glaube, die sind doch unterschiedlich stark, weil die unterschiedlich viele KP haben! Die roten halten nicht so viel aus wie die blauen! So! Hier nehme ich jetzt mal den linken Block! Ah! Das war falsch! Der mittleren? Ah! Der mittlere! Okay! Einfach nur ausprobieren! So! Dann ist jetzt bestimmt hier der linke Block! Oder... Moment mal! Aber hier ist doch schon eine Tür! Aber jetzt sind hier gelbe Gespenster! Na wartet! Etch, bitch! Kommt doch mal her! So! Ich habe trotzdem irgendwie... den... Den... Wartet mal! Das ist nicht ganz richtig! Ich glaube, hier war nämlich eine Falle! Aha! Die Tür wird verschoben! Und hier ist... Das ist die richtige Tür! Clever! So! Und was muss ich jetzt hier schon wieder machen? Oh! Oh! Jetzt sind hier alle drei auf einmal! Verdammt! 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 Äh... Ultrapilzmix! Volle Power! So! Hier muss ich sicher auch nochmal... Oder muss ich einfach nur alle Gespenster besiegen? Das kann nämlich auch mal sein! Dass ich die jetzt alle besiegen muss! Nö! Ah, aua! Warte mal! Hm... Hier tut sich überhaupt nichts! Muss man hier vielleicht... in 3D irgendwas machen? Ah! 1, 2, 3! Okay! Mitte, rechts, links! Mit der Reihenfolge muss man sich treffen! Also siehste mal! Kannste mal sehen! Also... Mitte... ...rechts... ...und links! Und... ...da ist die Schatztruhe mit dem Schlüssel! Jawoll! So macht man das! Gut, also die Typ würde mich, glaube ich, wieder zu irgendeiner Falle führen, oder was weiß ich, wo mich die ihn führt... ...aber ich muss weitergehen! The Show must go on! So, genau, jetzt komme ich hier nämlich wieder raus und jetzt kann ich auch die beiden Treppen wieder normal hochlaufen und zu der Tür gehen! So, und jetzt aufmachen! So, und... ...ich wette, ich muss hier schon wieder oben langlaufen, oder? Oder nicht? Was meint ihr hier? Ich meine ja! Warum wäre das hier sonst so komisch? Oder... Hier ist ja noch mehr! Autsch! Ach, der Raum ist hier überhaupt total bekloppt! So... Boah, fies! Fies! Fies, Mann! Was soll ich denn hier tun? Oh Gott, wartet mal! Au, schon wieder das Spaßrad! Uh, Superpilz-Mix! Das ist schön! Gehört schon nur mir! Hier! So, und... Powerblock auch noch! Kann ich den gleich mal einsetzen? Oder... Ne, wartet! Äh... Ich glaube... ...da musste man wie ein Vollidiot hoch und runter und runter und hochlaufen! Das ist so ganz, ganz komisch! Ich glaube, hier ist unten mal vorbei! Dann hier hoch! Dann hier hoch! Und hier vorbei! So, komm, ich setze jetzt mal diesen komischen Powerblock ein! So... Ha! Dann... Aha! Lol! Aajajajajajajajajajaja! Du frisst mich hier nicht ein, du Mistvieh! So... Glaub ich, wenn man hier landet, unten durch, dann wieder hoch, dann... Also ich glaube, man muss auf all diesen Teilstücken nämlich irgendwie so laufen können. So, so... Haaa, so schaut's aus im Puppenhaus. Hier ist doch sicher wieder überall Dimensio, oder? Doch nicht? Ah, aber diese Viecher hier. Warum seid ihr so scheißnervig? So, hier ist aber auch irgendwo ein Spiel, der kein Spiel ist. Ich glaube eh schon der, weil der reflektiert nicht. Yo! Oh mein Gott! Alter, das sind ja verdammt viele Dimensio-Klone. Aber irgendwo hier muss doch sicher ne Truhe sein. Ja, da ist sie! Ich seh sie! Ich seh sie! Haut ihr wohl ab! So, was haben wir hier? Den Schlüssel! Und was haben wir in dem Block drin? Einen Superpilz! Full Power! So, wieder zurück. Gut, also ihr könnt es euch bestimmt schon denken, wenn hier Dimensio auftaucht... Seht ihr denn? Genau deswegen hasse ich diese scheiß Mistgebrücke so sehr. Wenn Dimensio hier auftaucht, dann... ...wird es garantiert einen Kampf auch gegen ihn geben. So... Hier könnte ich speichern, aber das will ich nicht. So... Also habt ihr es schließlich doch geschafft! Ähm, ja. Haben wir. Oh, aber... Wo sind denn die hinreißende Prinzessin und das hier lose Fuchtelärmchen? Dimensio, wir haben keine Zeit uns mit dir zu streiten. Geh aus dem Weg! Ah, ihr seid in Eile! Dann will ich euch nicht aufhalten! Oh! Äh... Was? Falls ihr mich besiegt! Ahahahahaha! Ihr seid würdige Gegner! Daher werde ich es euch nicht leicht machen! Erst einmal müsst ihr mich kriegen! Wie Fangenspielen mit Magie! Stimmt ja! Seht mal, hier ist jetzt ein Riss! Und das heißt, ich brauche Filippo! Ich werde jetzt nämlich Dimensio durch ziemlich viele Level verfolgen müssen, die ich im Spiel bereits besucht habe. Und immer wenn ich den... Genau, immer wenn ich den Riss mit Filippo umdrehe, erscheint ein blauer Block. Und wenn ich da dagegen springe, werde ich weiter teleportiert. Wo sind wir hier? Seht mal, da drüben! Nöp, das hier ist die Straße von Lineria. Also Level 1-1. Hier waren wir schon mal. Genau das habe ich eben gerade damit gemeint. Nö, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Also wie gesagt, ich muss hier die Level jetzt nicht komplett machen, sondern ich muss einfach so weit im Level vordringen, bis ich wieder einen Riss finde und den dann eben mit Filippo umdrehe. Da muss man halt wirklich die Augen offen halten, aber die Risse machen Gott so lang eh auch Geräusche. Ja? 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 Ja, wont die Lippe? Ich versteciere doch mal drauf. Ja? Und sonst sollte man das nicht alleincases westlich allerplanen? Aua! Ja, hoch! Und? Was bringt mir das? Ich kann doch hier nicht drüber. Ah, doch. Ganz vergessen, hier ist so ein schmaler Weg. Das ist nicht so toll. Oh, ich sehe den Riss! Den Riss im Raum Zeitgefüge! Aua! Und diese Viecher nerven! Und weiter! So, jetzt geht's irgendwo in die Steinzeitwelt, ne? Nach Klipp... nach Klippuul... Klippuulo, ne? Genau. Wir sehen, überall ist die Leere vorhanden und überall ist sie wirklich gewaltig. Was gar nicht gut ist. Ah, bestimmt hier unten. Wir sehen, überall ist die Leere vorhanden. Na klar, da ist er! Der Riss im Raum Zeitgefüge! Und weiter geht's! Zack, zack, zack! So, Kapitel 6! Au! Stimmt ja! Also hier ist es jetzt echt doof, weil das hier war ja Milizkönigreich, was zerstört wurde. Das heißt, hier muss ich am besten wieder mit Surfer so lange nach rechts, bis ich den Riss bemerke. Ja, Milizkönigreich wird erst wieder aufgebaut werden, wenn nun Graf Knickwitz besiegt ist. Und übrigens, um es mal zu erwähnen, es gibt dann, wenn ich das Spiel quasi durchgespielt habe, auch hier die Möglichkeit das Spiel dann weiter zu spielen. Und dann könnte ich noch einmal gegen alle 100 Recken antreten. Und jetzt ist meine Frage, ob ihr das gerne sehen möchtet, ob ich, also wenn ich gegen alle 100 Recken antrete, ob ich das machen soll oder eher nicht. Schreibt mir einfach wieder unten im Kommentar, ob ihr das gerne sehen wollt, so wie es bei der Grube der 100 Prüfungen war. Oder ob ich es eher lassen soll. Würde mich wieder einmal sehr interessieren. Wo ist jetzt dieser doofe Riss? Ah, ich höre ihn. Da ist er. Ja, den kann man schon ein wenig übersehen. So. Und nun... geht's noch... Na klar. Es musste ja noch nach unten drunten zurückgehen. Und Level Up! Angriff um eins gestiegen, Baby! Das freut mich immer. So. Das blöde ist, nur Bowser habe ich ja jetzt nicht mehr dabei. Das heißt, ich kann mir selber kein Licht machen. Was ich ein bisschen blöd finde, aber irgendwo da oben wird es schon der Riss sein. Und ich glaube, ich habe ihn schon gehört. Ja, ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Ja, dieser blöde Finsterpuss, ey. So. Und zack! Schwuppdiwuppdiwupp. So. Und wir sind wieder zurück. Endlich. Macht es Spaß? Nee, nicht wirklich. Hey, hör auf mit dir Spielchen und kämpfe! Spielchen? Magie ist kein Spiel. Ich meine es immer todernst. Ich habe euch beobachtet. Nur ihr allein könnt Graf Knickwitz besiegen. Ich habe eine Bitte. Helft ihn mir, den Grafen zu besiegen. Was sagst du da? Du willst ihn betrügen? Ihn betrügen? Oh nein! Graf Knickwitz hat mich betrogen! Er sagte, dass er alle Welten zerstören will, um eine neue perfekte Welt zu erschaffen. Aber das war eine Lüge. Er will alle Welten zerstören und sich dann nicht mehr weiter um sie kümmern. Ich wusste die ganze Zeit, was er vorhat. Aber allein hätte ich keine Chance ihn aufzuhalten. Ich gab vor ihm zu dienen und wartete auf jemanden, der ihn besiegen könnte. Deshalb habe ich auch die Prinzessin vor der Gehirnwäsche gerettet. Deshalb habe ich euch nach unten drunken geschickt, um das reine Herz zu reparieren. Deshalb habe ich zwei Brüder wieder vereint. Versteht ihr es jetzt? Du hast uns die ganze Zeit geholfen? Schuldig im Sinne der Anklage. Wie wäre es denn jetzt mit einer Gegenleistung? Ich gebe euch die Macht, Knickwitz zu besiegen. Kämpft an meiner Seite! Äh... Irgendwie traue ich dir trotzdem nicht. Also, nö. Ihr weigert euch immer noch, aber dieses Angebot ist zu gut, um wahr zu sein. Mit dem dunklen Herzen können wir alles beherrschen. Weigert ihr euch weiterhin? Äh... Vergiss es! Du bist doch nur machtgierig! Na gut, wenn das so ist, werde ich euer Spiel hier und jetzt beenden. Ich denke, ich fange mit dem Grünen an. Sein Oberlittenflaum ist eine tolle Trophäe. F... Flaum? Wie redest du von Luigi's Schnurrbart? Überlass ihn mir, Mario. Lauf schon voraus. Du musst die Welten retten. Du hast keine Zeit, dich mit ihm herumzuschlagen. Lass Bowser's und Peach's Opfer nicht umsonst sein. Oder meines. Außerdem hat er sich über meinen Schnurrbart lustig gemacht. Den kauf ich mir. Lauf, Mario! Danke, Mario! Hahaha, wie süß! Wir kommen die Tränen! Ja, Mario kann vorbei. Und wenn er es irgendwie schafft, Graf Knickwitz zu besiegen, umso besser. Und was dich angeht, für dich heißt es bald Game Over! Oh ja, jetzt muss ich mit Luigi gegen Dimension kämpfen. Das war so klar. Und BAM! Haha, mit dem Supersprung ist es eigentlich am besten. Oh, fies! So, nur das Nervige an ihm ist, dass er sich hin und her teleportieren kann. Und mich von überall aus angreifen kann, wenn er nur möchte. Ich glaube, der erstellt auch irgendwann wieder seine Doppelgänger. Doppelgänger! Aua! BAM! Supersprung macht wenigstens 18 Schaben! BAM! Lol, das war's schon? Nein! Nein! Das war ja geil! Das war ja der kürzeste Kampf ever! Ich... Ich gebe auf! Gnade! Oh, bitte hab Erbarmen! Hast du genug, Dimension! Mit dir bin ich auch ohne meinen Bruder fertig geworden! Ja, du bist wirklich stark! Und deswegen kann ich nicht zulassen, dass du dem Grafen in die Hände fällst! Gnade! 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 W-W-Was tust du!? Jetzt hab ich dich, Luigi! Wir werden den Schmerz des Skimmer überteilen! Ne-Nein! Gnade! 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 Luigi! Nein, das kann nicht! Aber Luigi... Du hast recht, Mario. Es tut zwar weh, aber wir müssen später trauern. Erst müssen wir den Grafen aufhalten. Jetzt ist auch noch Luigi weg. Jetzt ist Mario wieder ganz alleine, wie am Anfang des Spiels. Und nur noch mit Pixi... Äh, Pixi sag ich. Tippi und die anderen Pixeln sind noch bei ihm. Gut, Freunde. Dann werde ich auch dieses Kapitel jetzt beenden, wieder speichern. Und im nächsten Part geht's dann mit dem letzten Kapitel los. Mit Kapitel 8-4. Also wir sehen uns, Freunde. Tschau! Ende des Kapitels! Ende des Kapitel 3-5 h Vierbe 231- sieg Wundтеgu 55-7 202 pic 303 über das 132